Das Schloss in Spangenberg ist das Wahrzeichen der Stadt. Es hat die Geschichte Spangenbergs geprägt. Die ursprünglich gotische Anlage war Ritterburg, Festung, Jagdschloss, Gefängnis und Forstschule. Bis zum Jahr 2010 wurde dort ein Hotel und Restaurant betrieben. Seitdem stand das Schloss leer. Lange hat das Land Hessen als Eigentümerin des Spangenberger Schlosses nach einem Pächter gesucht. Silvana Gatschau hat das Schloss seit dem 1. Juni 2017 gepachtet. Als wir das erste Mal das Schloss betreten haben, haben wir so den 70er Jahre Flair hier drinnen noch vorgefunden. Den haben wir versucht ein bisschen aufzuheben und alte historische Dinge aus dem Schloss neu zu bearbeiten, sodass wir jetzt ein Modern und Historie miteinander verbinden. Das Land hat die öffentlichen Bereiche des Schlosses umfangreich saniert. Nach einem Sturm im Juli 2015 musste auch das komplette Schlossdach neu eingedeckt werden und hat nun Naturschiefer statt roter Ziegeln. Die Pächterin war für die Sanierung der Zimmer zuständig. Entstanden sind 23 Doppelzimmer, 3 Einzelzimmer und 2 Suiten. Sie wurden individuell gestaltet. Es ist eine Mischung aus altem und neuem, aus altem Holz kombiniert mit frischem Style entstanden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017